Okay, da sind wir jetzt hier wieder im Startbildschirm, wie wir hier sehen. Letzte Mission und dann, äh, neuer Versuch. Zweifelten Angriff auf die Heimatwelt der Wookies, die Separatisten begonnen haben. Nicht zulassen, dass dieser Planet in ihre Hände fällt. Kashuk verteidigt... Naja gut, wir machen da mal. Ach, so eine Schande, eine Niederlage so kurz vorm Ende. Wie viele Uhren haben wir eigentlich? Ach, halb zwölf, oh! Schneid es? Meine Fresse. Äh, ja, wieder zurück hier. Ich versuch's nochmal als Scharfschütze. Ja, echt geil gespawnt, muss ich schon sagen. So, mal gucken, wann ich die zweite Aufnahme-Session mache. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, die Klonkriegel-Kampagne hier durchzukriegen. Jetzt erwarte, ich leg mich mal hier hin. Direkt neben das Geschütz. Vielleicht hab ich ja da ein bisschen mehr Glück. Bam. Voll daneben eigentlich, aber okay. Naja. Naja, naja, naja. Die ist schon mal besser, die ist schon mal besser. Ich will jetzt nicht lügen und übertreiben, aber ich hab's echt schon mal geschafft, hier mit, äh, dieser Sniper-Methode das Spiel in Haushoch zu gewinnen und dann auch die ganze Zeit überlebt zu haben. Also nicht so wie gerade, sechsmal gestorben und Niederlage. Es war nur eine Niederlage, weil ich gestorben bin. Ganz ehrlich. Und das Geschütz neben mir ist weg. Ist ja supi. Ist ja super. Schon, schon, glaubst. Oh. Bisschen verzögerte, äh, Reaktion, ne? Oh oh. So, was ist das? Da. Der rollt erstmal runter ins Wasser. Ah, das sieht schon wesentlich besser aus. Ganz ehrlich, ich hab ja auch das Gefühl, ich treff hier irgendwie besser. So. 230 zu 210. So. Naja, so viel zum besser Treffen. Ich versuch's mal da auf der anderen Seite. Ja, echt geil. Ich muss hier mal gucken, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie was an der Sichtweite geändert habe. Das kommt mir nämlich so vor, als wär die runtergeschraubt. Na. Geht doch. So. Echt blöd, dass man nur sechs Schuss hat. Zum Glück sind die Druinen nicht grün, sonst hätte ich ein Problem. Aber die sind dürr, das reicht schon als Problem. Geile Scheiße. Naja, 14 zu 1. Hm. Ach komm. Da erlede ich auch mal die blöden Viecher da. So, das war das. Was war das? One Hit? Meine Fresse. Naja, hat aber wenigstens ein bisschen was gelbbracht. Eigentlich stimmt diese Angabe da gar nicht, weil das soll nämlich angeblich der schwachste Punkt da sein. Aber hier bei dem Vieh ist der schwachste Punkt. Das Gelenk an der Kapsel. Und ich hatte gerade einen kleinen Hänger mit der Maus. Habe ich aber bei dem Spiel öfters. Das liegt am Spiel, nicht an der Maus. Feindliche Truppen haben einen Kommandoposten eingenommen. Oh, Kacke. Na dann. Arsch hoch. Und, äh, weiter geht's. Supi, 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 supi. Ganz ehrlich, mit meiner kurzen Sichtweite ist das auch ein bisschen blöd. Ich seh die nicht mehr. So, das war der. Was war das? Paketenwerfer? Ich könnte es aber mal wieder mit der Taktik versuchen, wenn ich da vorne noch so ein Panzer erwische. Was ich ja hoffe. Dann nehme ich aber mal wieder ein GAP. Und diesmal sieht es auch mit, äh, unserer Anzahl an Spielern besser aus. 164 zu 146, Korrektur 162. Äh, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Steht da noch einer? Ja. Stehen sogar noch mehrere. Mal ein bisschen weiter runter. Dass ich hier nicht so viel Fallschaden erleide. Ich könnte ja mal versuchen, den Kommandoposten hier einzunehmen. So viel dazu. Nein, du gehst... Nicht in den GAP. Bleib weg. Ich hab gesagt, bleib weg. Nein, du gehst nicht in den... Oh, leck mich doch am Arsch, Leute. Lecko mio mucho arscho blanco. Oder lecko mio arscho blanco? Irgendwas davon. Dem Ding hier schaffe ich sowieso nicht. Lecko mio arscho blanco. Kann noch nicht so schwer sein. Früher hatte ich mal so eine Spiel-Session, da bin ich erst bei der Schlacht von Hood extrem verreckt. Ich wusste es. Ach. Ich war gerade beim Ausweichen. Naja. Läuft ja mal überhaupt nicht gut hier. Also ja, selbst ich, da bin ich schlecht. Nur... Hahahaha. Ach so, das war der. Was ist der her? Na... Schau, ich muss da, ich muss da... He, he, he. Ach, du scheißen Dreck. Ach, 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 ach. Leck mich doch. Oh, 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 oh. Bin ich denn zielstrebig durch den Strahl gerannt? Wie gesagt, entschuldigt bitte, dass ich gerade etwas ruhiger bin. Und die Gegner sind gerade schon wieder in der Überzahl. Das gefällt mir gar nicht. Boah, ich sehe von hier aus so gut wie gar nichts. Ich versuche mal an das Geschütz da zu kommen. Vielleicht bin ich da besser noch blind. Ach, leck mich doch. Äh, das läuft ja mal überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Ich muss ein Fahrzeug kriegen. Irgendwie. Das ist Geschütz da. Ja, das schlafe ich nie mehr, das schlafe ich nie mehr, das schlafe ich nie mehr. Sag ich doch. Naja, jetzt mal als einfacher Soldat. Vielleicht habe ich da ja mehr Glück. Mit dem Proidikas wird schwer. Leckomioa, Schublanko. Nein, 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 nein! Ach! Jetzt habe ich keine Granaten mehr. Kopfschau, Kopfschau, Kopfschau! Ach! Schaut, steig aus, TAP, GAP aus! Wie war das noch als Soldat? Habe ich vielleicht mehr Glück? Tja, Pustekuchen-Kollege. Ach, 9 zu 47, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn los hier? Nein! Darf doch nicht wahr sein! Ah! Ah, supi! Was war das? Oh, schon wieder Niederlage, das darf doch nicht wahr sein. So viele Probleme hatte ich bei dieser Mission noch nie! Diesmal auch nur 31 Schuss und dafür neunmal gestorben. Hm. Naja, dritter Versuch. Irgendwann muss es ja mal klappen. Und das ist ja mal. Mach!